Hallo, hier bei Kados Lego. Es geht weiter mit der Lego Minecraft Berghöhle. Ich habe Bauschritt 10 beendet und Bauschritt 10 beinhaltete den Fertigbau der rechten Wand bzw. des rechten Turmes und hier ein paar Leitern. Das sieht man hier. Ich filme das mal von der Seite. Hier sind jetzt Leitern an den Clips. Und so weit hoch geht das jetzt. Das ist ordentlich. Und das tolle ist, wenn man hier oben dreht, sieht man, wie dieser Aufzug hochkommt. Das finde ich ganz toll. Und wenn man dann in die andere Richtung dreht, geht das wieder runter. Das bringt jetzt oben noch nicht so viel, weil da noch nicht so viele Gleise sind. Hier übrigens ein bisschen Sand. Da kommt dann auch noch mehr Sand hin. So. Dann zeige ich das Ganze auch nochmal von der Seite. Da sieht es wirklich nach Berg langsam aus. Finde ich cool. Hier an der Seite noch so Teile, die das Ganze stabiler machen. Innen hier wieder mit diesen Lift-Armen, die da durchgehen, verbunden. Also finde ich ganz cool. Ist richtig stabil. Und mit dem nächsten Part, also mit Tüte 11, Bauschritt 11, wird dann der erste Teil, das erste Modul fertig sein. Also das Ganze wird ja aus drei Modulen bestehen, aus drei großen. Das hier wird das größte sein. Und ja, dafür gibt es noch eine Tüte. Dann gibt es erstmal wieder ein paar Figuren. Bis dahin auf jeden Fall dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Carlos Lego und tschüss. Tüte 11. Tüte 11.